Wann bekommen Pensionäre des Bundes die 300 Euro Energiepreispauschale ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuell erhalten wir viele Anfragen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner und Pensionäre, die einen Versorgungsbezug haben. Unter anderem auch seit dem 01.12.2022 die Frage, wann bekomme ich denn als Pensionär die 300 Euro ausgezahlt? Ich bin Bundespensionär. Also da habe ich mir mal die FAQs des Bundesministeriums des Inneren vom 05.10.2022 angeschaut. Laut deren Aussage, laut dem Bundesministerium, soll die Energiepreispauschale im Dezember 2022 mit den Versorgungsbezügen ausgezahlt werden. Unklar an dieser Regelung ist, ob damit die laufenden Versorgungsbezüge für den Dezember gemeint sind. Dann wäre die Zahlung am letzten bankoffenen Arbeitstag im Monat November 2022 an sich fällig gewesen. Weil Pensionen immer nach dem Beamtenversorgungsgesetz der Zahlungsfälligkeit folgen, wie die Besoldungen der aktiven Beamten nach dem Bundesbesoldungsgesetz. Also monatlich immer im Voraus. Wenn diese Regelung aber die Zahlung der Pensionsleistung am letzten bankoffenen Arbeitstag im Monat Dezember meint, dann wäre die Zahlung tatsächlich am Ende des Monats Dezember fällig. Aber dann für die laufende Pensionszahlung im Voraus für den Monat Januar 2023. Also mir ist es auch noch nicht so ganz klar, wann Bundesbeamte die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen werden. Oder vielleicht sogar schon mit der Zahlung am 30.11.2022 jetzt für den laufenden Monat Dezember schon bekommen haben oder bekommen werden. Das sieht man dann sicherlich an den Abrechnungen, die dazu erfolgen. Ja, also Pensionäre bekommen eine monatliche Abrechnung. Und dann können sie sehen, ob die 300 Euro dort in der Pension mitgezahlt worden sind. Versorgungsempfänger oder Empfängerinnen auf der Landesebene, da ist es ganz schwierig. Da kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen, wann und wie Sie als Landesbeamte hier oder Landesbeamtinnen oder Versorgungsempfänger die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten. Ob Sie die überhaupt erhalten und wenn ja, wann Sie die erhalten, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Das regeln die Bundesländer einzeln. Das heißt also, wir haben 16 Bundesländer und 16 unterschiedliche Regelungen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel